Fernsehmuffel warf Fernsehgeräte zum Fenster hinaus. Darmstadt. Das Fernsehprogramm von Samstagabend war offenbar nicht nach jedermanns Geschmack. Einem 35 Jahre alten Mann war nach seinen eigenen Worten vor der Polizei in Darmstadt gegen 21 Uhr der Kragen geplatzt. Er warf gleich zwei Fernsehapparate aus einem Fenster seiner Wohnung vom dritten Stock auf die Straße. Passanten alarmierten die Polizei, die den Fernsehmuffel mithilfe seiner Verlobten und eines Freundes dazu bewegen konnte, die Scherben der auf diese Art abgeschalteten Geräte zusammenzukehren. Die Ruhe wehrte jedoch nicht lange. Bereits eine Stunde später warf der angetrunkene Mann auch noch das dritte im Haushalt vorhandene Fernsehgerät aus der Wohnung. Die Darmstädter Polizei, so der Sprecher, verhalf dem 35-Jährigen zu sieben Stunden alternativer Freizeitgestaltung in einer Ausnüchterungszelle. Die Darmstadt